Was ist die Frage im Rahmen der Diskussion um die Freiheit? Der Gedächtnis niederschreibt, das sogenannte episodische Gedächtnis und der glaubt, ein völlig autonomes Wesen zu sein. Diese Ratio braucht, um agieren zu können, Werkzeuge, durch die es nun Taten in die Welt setzt und braucht, um agieren zu können, selbstverständlich Zielvorstellungen. Braucht also eine Marschrichtung, die in Wirklichkeit, die Neurobiologen sind fähig, uns das zu zeigen, weit über der Ratio stehen. Die Ratio ist also mehr die Markt der Antriebe, der Motive als Herr im Hause. Die Werkzeuge, die wir benutzen, sind einerseits, wie gesagt, die Antriebe, die Entscheidungen darüber, was wir unternehmen wollen. Andererseits braucht man, um irgendwas in die Tat umzusetzen, solche Dinge wie Fähigkeiten, das Gehen können, das Sprechen können und so weiter. Die organisiert man im Laufe der eigenen Entwicklung in detaillierter Form. Man lernt das Gehirn früh in der Kindheit, man lernt das Sprechen, man lernt das Sehen, das ist auch eine Sache, die man sehr lernen muss. Man lernt sich bewegen in der Gesellschaft. Diese Fähigkeiten alle sind viel zu kompliziert, um im bewussten Zustand der Ratio in einem Augenblick zur Verfügung zu stehen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass das still geht, dass das von alleine geht, wie wir also nun stehen, wenn wir sprechen. Oder wir müssen auch es fertig bringen, einen Gedanken in den sprechenden Teil des Gehirns zu senden und uns darauf verlassen, dass ein gehörerender Satz herauskommt. Es ist also viel zu viel verlangt von der Ratio, im gegenwärtigen Zustand über alle diese Dinge im Detail sich Rechenschaft ablegen zu können. Nun gibt es einige Kollegen von mir, die der Meinung sind, sagen zu können, dass wir keinen freien Willen haben, indem eben das Gehirn gewisse Entscheidungen für uns trifft, die wir dann nachher, wenn sie also offensichtlich werden, als unsere Entscheidungen, unsere Entscheidungen deklarieren. Wobei aber klar wird, dass wir, die wir also bewusst das erleben, zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Gehirn schon lange gewusst hat, dass nun diese Entscheidung kommt. Es gibt ein berühmtes Experiment von einem kanadischen Psychologen durchgeführt, Libet, der ein Versuchsobjekt gelegentlich, so ist die Anordnung, auf einen Knopf drücken lässt. Und er nimmt Signale vom Gehirn ab und stellt fest, dass also anderthalb Sekunden bevor das Subjekt auf den Knopf drückt, ein Signal schon ansteigt, während dem die bewusste Entscheidung draufzudrücken, eine halbe Sekunde vorher erst passiert. Daraus wird also nun von Kollegen gefolgert, dass wir keinen freien Willen haben, weil das Gehirn entscheidet und nicht wir. Wir sind also Sklave des Gehirns. In meinen Augen ist das ein perspektivischer Fehler, weil der daraus resultiert, dass wir uns mit diesem Suborganismus, der über sich Auskunft geben kann, der Gedächtnis ablegen kann, identifizieren. Ich bin der Meinung, dass, was den Freiheitsgedanken angeht, dieses Weltbild, das ganz auf die Ratio und auf die Identifizierung meiner Selbst mit der Ratio, das Ego mit der Ratio abgestellt ist, dass dieses Weltbild unsere Welt seit hunderten von Jahren, spätestens seit der Aufklärung, dominiert und eine treibende Kraft ist, die uns als Gesellschaft immer mehr in Einzelpersonen zerlegt und immer mehr das Idealbild, das es von der Gesellschaft hat, nämlich die Gesellschaft ist eine Masse, nur statistisch zu erfassende Masse von Menschen realisiert, also alle organische Struktur in der Gesellschaft langsam zerfallen lässt. Alle staatlichen Organisationen, alle Wirtschaftsorganisationen läuft darauf hin, dass wir immer mehr zu Massenmenschen werden. Und ich denke, dass das anfänglich ein Weg in Schritte in die Richtung Freiheit war, dass wir eben aus den engen sozialen Verhältnissen des Mittelalters uns befreit haben, dass aber am Ende dieser Bewegung, wenn wir nämlich wirklich in der anonymen Massengesellschaft angekommen sind, Freiheit auch verloren gegangen ist, weil wir überhaupt keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr haben. Ich denke also, dass der Freiheitsbegriff stark dominiert wird von einer falschen Perspektive auf das Individuum und auf den Menschen. Und ich denke, dass der Freiheitsbegriff stark dominiert wird von einer falschen Perspektive auf das Individuum und auf das Individuum.